tach und willkommen zu einem neuen video wie immer sonntags um 18 uhr bei uns es hat sich einiges getan deswegen möchte ich jetzt hier ein paar sachen verkünden wir arbeiten ganz stark im background gerade an unserer webseite weil wir möchten ein info portal bauen auf dem ihr alle informationen bekommt zu den sämtlichen veranstalter und erlebnissen auf denen wir bisher waren und ihr bekommt da alle alle informationen sei es jetzt veranstaltungsort wie es uns gefallen hat unsere empfehlungen und 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 als es wird alles alles dann dort drin stehen worüber ihr euch bestens informieren könnt wir werden natürlich niemals sachen veröffentlichen die wir noch nicht selber erlebt haben das ist natürlich der große mehrwert den wir für euch bieten möchten dann habe ich noch ein paar andere sachen anzukündigen und zwar der sebi und der michael die haben sich aus persönlichen gründen zurückgezogen ich bedauere das leider sehr weil ich habe eigentlich sehr sehr gern mit denen videos gedreht und auch mit denen zusammen das ganze gemacht sei es jetzt vor oder hinter der kamera oder alles was noch dazu gehört fand ich sehr sehr schade nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter dazu wird es jetzt eben so sein dass es in den nächsten wochen keine videos mehr kommen weil der aufbau der webseite halt ein bisschen zeitaufwendig ist ich halte euch natürlich weiterhin auf dem laufenden aktiviert natürlich die glocke hier auf unserem youtube kanal verpasst ihr auch die weiteren videos nicht mehr und wir sehen uns bald wieder macht's gut so viele die die Vielen Dank.